Da weiß ich nur noch die ersten paar Verse, also es ist nicht ganz so schlimm für mich. Da kann ich vielleicht noch Mittag machen. Dann geht's nämlich los. Festgemauert in der Erden steht die Form aus Leben gebrannt. Heute muss die Glocke werden. Frischgesellen, seid zur Hand. Von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Und jetzt folgen noch so ein paar andere, mindestens fünf Buchseiten waren das. Habe ich als junger Kerl so mit 13 Jahren auswendig gekonnt. Leider war das jetzt der Rest, der noch hängen geblieben war. Aber vor so einem guten Rund hat mir das jetzt riesen Spaß gemacht. Ja, dann der Nächste bitte.